Herzlich Willkommen zu einem kleinen Zwischennode Projekt bei uns. Da unser Router abgefuckt ist, machen wir auch immer, kommen wir nicht um unsere anderen Welten. Und, gibt es was Schönes da drinnen? Musst du gucken? Ja. In dein Brot. Und das. Ich mach's nicht da rein. Gib mir mal noch ein Stick bitte. Ein? Ja. So. Wir spielen hier eigentlich normal Vanilla, wir haben nur ein paar Kleinigkeiten rein gemacht. Und das einfacher zu machen. Mit unserem Handynetz? Ja, mit unserem Handynetz. Wir konnten es leider nicht übertreiben, riesen Mod Collection zu bauen, weil so viel Datenvolumen haben wir auch nicht. Ich auch? Ja. Wie gesagt, das spiegelt sich komplett ab von unserem üblichen Minecraft Spiel, das wir machen. ja. Da wir halt, wo wir uns ein bisschen was reingemacht haben. Und wir waren nur zum Beispiel. Es geht schon mal um einiges schneller als in der anderen. Ja. Wir haben die Welt nochmal. Wir könnten das theoretisch meine Projekte mal zeigen, was wir gemacht haben. Also in einer Aufnahme. Ach komm, gibts zu, du hast es hier sowieso wieder vorzubauen. Habe ich vor, ja. Aber nicht hier. Ja, siehste. Also sehen sie früher oder später. Ja, äh. Ihr kennt doch dieses komisches Trickmine. Wir machen das ein bisschen anders, dass es geiler ausschaut und es passt irgendwo. Wir machen gleich einen Tunnel draus. Ja, wir machen gleich einen Tunnel und wir machen ein bisschen Achievement-Jagd. Wir können mal Lust haben, worauf ich mache. Wissen wurscht. Also, mal gucken. Was denn da jetzt noch so laufen wird. Ich habe schon mal Schafe gefunden zum Handball machen. Mhm. Hat man letztes Mal nicht. Nee. Wir haben dieselbe Welt nochmal. Aber die Konfig fehlt von Wien meiner Schätze. Ernsthaft? Ja. Ich habe die doch eingefügt. Ich kann nicht abbauen. Nein. Ohne Dingens. Oh, scheiße. Okay. Dann muss ich die eine Folge mal ohne gehen. Und in der nächsten Folge haustell die Komplik rein. Okay? Nein. Ich bin hier auf der 1-10-2. Das könnt ihr bei mir auch oben sehen. Da haben wir ja prinzipiell immer das Fenster von mir sieht. Bei den Vollbildspielern. Bei den Vollbildspielern. Ähm. Wir wussten auch schon vor allem, dass er doof ist. Und dass vor mir die Welt überhaupt geöffnet haben. Wie war der Sieg? Offline. Ja. Einfach offline geschrieben. Groß. Ja. Am Anfang groß. Dann habt ihr die selbe Welt wie hier. Die Mod-Liste. Die ist auch überschaubar. Ich zeige euch das auch mal. Dieses Projekt wird jetzt wahrscheinlich erstmal in fast einem Monat so weiterlaufen. Wenn wir unseren Anbieter so kennen, wie jeder den irgendwie kennt, dann kann das schon ein paar jährchen dauern, bis die meine ich das oder den Griff kriegen. Ja. 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 Es kann eine Weile dauern, sagen wir mal so. Also. Wir gehen vom schlimmsten aus, dass es zwei Monate dauern wird. Wenn Phantasia und Continuum wieder kommt, dann müsst ihr ja Bescheid. Dann läuft ja alles seit Jahren und es geht halt weiter. Vor allem gibt es ja noch meine Infos. Genau. Also wenn ich versuche, mich über meinen Router einzuloggen, im Internet, sagt der wird bloß. Da wird nicht, kannst du klicken. Also, das ist wohl doch. Wir sind ja nicht so wie andere Youtubers, die großen halt immer über das Handynets machen. Diese sind mir dann doch ein bisschen zu extrem. Wer hat aber extra so einen Karif? Das ist genauso wie Mops. da und sauber kommt da kommt über weltweite richtigen supertarif gut ist er könnte theoretisch geopraktisch könnten wir auch noch vollkommen so aufnehmen sollte man internet in ergeben aber nur eine folge die erste und dann haben wir für unterwegs das ist ja so eine scheiß fliege die nervig ist ich habe die ganze zeit noch mal ein bisschen klein oder der winter gut na putzi ich habe mal so ich habe jetzt fast ein steck zusammen ich habe schon für ein bett zu sagen ich habe morfeos reinhauen also wir sollen unter unterschiedlich geschlafen wie lange die folge letztendlich sei sehr gut es ist je nach lust also die folgen kommen auch nicht so regelmäßig wie unsere anderen folgen wo man sagen eines weissens einmal am tag was kommt und hier kommt einfach immer das lustige laune haben oder sowas dazu wir haben nur wenige stellen wo wir das hochladen können wenige eine stelle und wenn die eine person dann auch noch nein sagt dann heißt es bei bei youtube damit halt das morgens und Das ist ja GmbH Mutti.de. Da passt noch nie der Spruch mehr als jetzt. Deine Mutter macht es jetzt wieder. Oder? Nein. Obwohl es stimmt nicht, aber es stimmt nicht. Mach hier den Felderblatt jetzt ab. Nein. In der anderen Welt haben wir uns irgendwo in der Ausrunde gepudelt. Ja. Aber du weißt nicht auf die E-Systeme, oder? Nein. Nein. Egal. Mal gucken, vielleicht haben wir Lust und machen mit diesem kleinen Mini-Muffekt, was wir haben, auf dem Hardcore-Projekt. Mal gucken, wie lange es dauert, bis die Folgen ausbleiben sollen. Oder ist das gut? Mhm. Du hast eine Spitzagin, oder? Ja. Komm mal zu mir. Schmied? Äh, bei der Schmiede. Ja. Ich kann leider gerade nicht so schnell da. Schon gut. Ah, das ist unsere 사랑. Nicht so langentyren. Probieros mehr. shochcer. Yung, da ist alles leer. Dann müssen du noch malen. Ja. Und wir haben diesmal noch andere, ne? Guck mal hier, hast du auch diesmal gut? Ja, wir haben auch noch andere Mods, das verinnert sich doch dann auch. Ja, nimmst du die Bücher mal mit? Kannst du zwei Jahre dauern, aber vorher mal. Wieso gehen die nicht mit Wienmeiner? Hab ich doch gesagt, das ist die Komplikation. Ja, aber ich hab doch eine Ingenzüge gemacht. Das gehört mal also nicht zu den typischen Wienmeiner-Komplikationen. Ja, ich bin echt geschadet, das war immer noch. Kann man da nicht rein buchen? Kann man ja dann auch. Ein Bubble Master, Schatz. Braut, der mit ihm gibt dafür... Erstmal Rechte. Gibst du mich mal Holz? Rechte greifen. Ja, aber das klappt. Ja, klappt. Lass uns mal die Leute hier drinnen einbauen. Wieso? In den Kartografen. Äh. Ja, den hier. Darf ich es machen? Wollt ihr nicht? Können wir tun, denn du hast doch schon geschafft. Geh weg. Hilfst du noch mal, die Felder platz zu machen? Wieso kommen die da immer noch ran? Meine Krabbe. Genau, Bauditurals. Oh Gott. Wie viel? Helder. Ich mag auch Felderblatt. Das war's für heute. Ich brauche das Keineern und gleiche mit den Ausstattet. Ich bin mit Hüberschern. Ich mag die Helle trelle. Ich liebe es, weil ich mich in den Haarland mitgegeben habe. Ich zeige dir. Ich liebe es, mit das Heiler hat. Ich liebe es auch, ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Hast du alle färgeriert, oder? Ich glaube, ja. Geh mal kurz da hinten noch der Zuckerkehne rein, das man da so kappen. Ey, ich hab Eisen. Okay. Nicht kurz wenig. Ich hab mein Crafting. Ich hab mein Crafting. Ich brauche mein Crafting. Ich brauche mein Crafting. Brauche ich so viel für das Achievement. Du hast es Achievement, oder? Nein, das habe ich gerade erst bekommen. Fortgeschrittenes Handwerk? Das war, wo ich Holz abgebaut habe. Das habe ich... Das mit der Crafting-Table habe ich jetzt gerade erst bekommen. Okay. Ich würde mal sagen, du hast mit einem ein bisschen sehr abutrieben. Ja, dann haben wir gar nichts. Hier hätten auch mehr. Okay, der Einwelt war es gar nichts und in der Welt ist der Haufen. Okay, gut. Das ist ein Bescheid, dass man sich jetzt mal die Haufen gut ausmacht hat. Äh... Egal. Wir haben jetzt noch Beisen und gut. Wer nimmt denn dann gleich mit? Und gleich, ähm... Ja, jetzt gerade die Spitze zerschossen mit Einschlag. Und dann machst du die Neue. Hast du dich bei Green Tea länger gemacht? Ja, ja. 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 Ah ja, und Kipping haben wir noch gemacht. Kipping ist eines der süßlichsten Ferien, wenn man schon immer braucht. Ja. Da ist es ja nie. Ja. Ja. Oah, da. das ist eigentlich nur eins am liebsten brauchen wir mal eins rein hat das schon hier ist cool oh ja bin dabei hier sind mehr eisen ich habe keinen hast du noch heißen ja weiß und haben eine kraftlinge Oh, jetzt habe ich schon bald. Ja, ich habe es vermisst. Ich wollte jetzt eigentlich nicht alles können, nur so dann einfach eine Weitauswaltung haben. Ich weiß nicht, dass wir mal nicht mehr runterkommen, ne? Hm? Ich weiß nicht, dass wir mal nicht mehr runterkommen. Wieso? Ähm, ja auch, komm her. Das ist eine besondere Partei. Machst du sowas wie eine Treppe? Ich würde mich mal zu gewinnen, wenn ich nicht die aus. Okay? Ja. Ist die auch so warm mit mir? Ja. Eigentlich sollte es heute kälter werden, aber nicht. Es sind immer noch 30 Grad. Wo ist die Blume? Wir sind noch bei 16 Minuten. Hm. Na ja, morgen kann man noch mal in den Pool hoffen. Ja. Obwohl, morgen soll es, glaube ich, regnen. Nee, egal, ich hock trotzdem rein. Hm. Hm. Wenn du es nicht geschafft hast, dass es grün wird. Mega hoch ist trotzdem rein. Wie du Sau. Du bekommst ja als Grünling wieder raus. Haha. Du weißt du nicht, wie das ist. Du weißt du nicht, wie das ist. Oh Gott, ich hab's noch mal schön probiert. Du, das kam heute früh auch schon da vorne vorbei. Ich weiß nicht, was es ist. Hm. Hm. Komisch. Ey, das Eis ist echt super drin. Aber ich hab, ich hab die ja... Und das jetzt theoretisch gesehen auf einer Höhe von 36. Wir haben uns das Bild angefasst. Nur 30 ist das zwischen, sag mal die Originalzahlen. Was jetzt etwa. Ja, die Originalzahlen weiß ich nicht. Aber auf Höhe 12 hast du eben die besten Chancen. Hm. Zwischen, also zwischen 0 und... Ja, sag mal 16 oder so. Hm. Haust du mir nochmal die Dingsel? Keine Stuten. Ich geh mal ne Runde Dias an. Mhm. Mal sehen, wieviel Dias ich bekomme. Ich kann das auch nicht aufgeben. Ach nö. Schau was nicht. Oh, das ist... 14 Dias. Aus einer Ader. Reicht das mal, oder? Oh, da kannst du zumindest schon mal ähm... schwerer machen. Ja, das war auch meine Idee. Das war meine Idee dahinter. Das ist gar nicht drauf. Und Rüstung machen wir uns erstmal einfach nur Eisen, oder? Rüstung. Helm hat es mir gegeben, ne? Mhm. Das wird später noch nicht hier abgegeben, oder? Ja, wir wollen es nur dann erstmal hinlokreten, oder? Genau. Ich hab keine Lust schon wieder hier zu bauen. Nee. Wir haben aber auch Möglichkeiten hier drinnen, wo man solche fliegen können. Ich weiß, das passt zwar nicht zu Vanilla, aber das ist jetzt leider die Brille. Denn wir brauchen auch später Kloster und solche Geschichten, und... Wenn wir noch nicht grad winnen. Ja, und da haben wir noch die Möglichkeit, uns Magneten zu bauen. Und dafür heißt... Da haben wir uns halt eine Möglichkeit reingemacht, dass wir halt fliegen können und auch Magnet haben. Und schnell abbauen können. Das ist halt nicht ganz so gelangweilig. Hast du jetzt schon komplette Rüstung? Ja. Kannst du noch ein bisschen durchputzeln für Werkzeuge? Hm, ich habe noch 10 Dias. Ja, dann hebe sie mal noch auf. Ich sag mal so, eine Dia-Picke kann man uns jeder noch bauen, und dann den Rest heben wir auf. So was? Ja. Dann mach ich Dir wieder immer. Und dann... Dann mach ich... Dann mach ich... Ich lasse hier unten jetzt nur noch, ich habe jetzt die Cola rausgenommen. Ja. Lass ich schon. Lass nur noch für Sprott sieben. Die auch. Mach ich mal. Mach mal. Du hast sowieso mehr Bock da drin. Also... Eber Fränze. Und du. Aber dann lassen wir das Es. Hast du noch die Eater zu tun. Machen wir dann erstmal auch die erste Zeit gut, oder? Joa, lässt sich nicht mal vorstellen jetzt, dass wir ausgaben und machen. Bisse. 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 Ale прик nostalgic. Bisse. Bisse. Wir haben gleich Nacht. Und dann noch lange noch wissen. Bisse. Warte, ich glaube nichts. Die hause ich nicht. Die hause ich nicht. Na ja. Na ja, naja. Na ja, naja. Na ja, naja. Komm nicht hier rein? Hier wir rein. Ja, noch ist es spannend. Ich hab jetzt mal wieder So Ah, mal so, ich mache Koffersen Da bleibst du erstmal dauerhaft an der Stelle und du kannst in Ruhe aufs Klo gehen und ich melde die Folgen. Ey, du musst Frau ausmachen, Schatz. Nein. Doch, die Sonne geht weiter. True ist, wenn es weitergehen soll. So, dann... Ich spurt hier gerade Fleisch durch. Kannst du ja mal Deins noch mit rein schmeißen. Ah ja, guck, guck. Ich bin in irgendeinem kleinen Gebäude drin. Ich glaube da gerade aufs Zug. Ah, ist so gut. Warte, einmal aufmarsch. Na, erste Gesellschaft. So, dann können wir das erstmal durchputzen lassen. So, damit werden wir die Andy, äh... Na, ich habe jetzt Folge beenden. Das will ich nicht. Ähm, beenden wir hier mit die Folge von unserem Notprojekt. Ich hoffe, das gefällt soweit erstmal, dass wir das machen. Besser als gar nicht. Ja. Wir wollen sowieso nur, dass was noch kommt jetzt gerade während der Problemzeit. Und damit sagen wir Tschau und bis zur nächsten Folge. Daumen da lassen, Like da lassen und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Tschau.